Ist das Lichthattegerät gut? Oder vielleicht ist das doch besser? Oder was hältst du von dem hier? So oder so ähnlich bekomme ich immer mal E-Mails oder PNs von euch, weil ihr wirklich unsicher seid, im Dschungel der angebotenen Lichthattegeräte wirklich das Richtige für euch herauszufinden. Und deshalb möchte ich euch heute mal wirklich fünf Kriterien nennen, nach denen ihr euch richten könnt, um für euch das richtige Lichthattegerät zu finden. Und da meine ich jetzt nicht, hat das einen Timer oder eine Lichtschranke, das sind die kleinen Annehmlichkeiten, das findet ihr schon selber raus. Sondern ich meine jetzt wirklich fünf Punkte, auf die ihr achten solltet, damit das Lichthattegerät dann auch richtig ordnungsgemäß funktioniert. Hallo erstmal. Punkt eins, die Wattzahl. Da werden sich jetzt sicherlich einige wundern, denn ich habe ja schon einige Videos über Lichthattegeräte gemacht und da habe ich immer gesagt, die Wattzahl sagt uns eigentlich gar nichts über die ordnungsgemäße Aushärtung des UV-Gels. Es sagt uns lediglich den Stromverbrauch. Aber wo kein Strom fließt oder wo kein Strom verbraucht wird, da kann auch nichts leuchten. Und wenn wir mal ins Lichthattegerät reingucken, da haben wir diese kleinen Spots und die werfen auch nur in eine kleine Fläche oder leuchten nur eine kleine Fläche aus. Und wenn wir jetzt möchten, dass das Lichthattegerät ordnungsgemäß ausgeleuchtet ist, dass eben doch wirklich alles ausgehärtet wird und nicht dann im Versiegler diese blöden matten Stellen zum Beispiel drin sind, dann brauchen wir da schon eine gewisse Spotanzahl, die da verbaut wird. Und diese brauchen natürlich auch entsprechend Strom. Also kann man hier sagen, also 36 Watt sind da eigentlich das Minimum. 48 ist sogar noch besser. Also mindestens 36 Watt sollte das Gerät haben. Jetzt gibt es ja dann auch die Geräte, die mit 90, 120 Watt zum Teil ausgeschrieben sind. Und da hört man dann immer, ach nee, die reagieren viel zu schnell, das wird zu heiß. Und da kriegen die Gel in Mikrorisse und was weiß ich noch alles. Und jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, wo ich immer sage, wir wissen dort wirklich nur den Verbrauch des Gerätes, aber wissen nicht, wie es das Gel aushärtet. Denn in diesen Geräten sind ganz oft noch andere Dioden verbaut. Also zum Beispiel Spots, die rot leuchten, da kriegt man so eine schöne, gesunde Hautfarbe. Oder manchmal sind auch einfach Tageslichtlämpchen mit drin, dass es schön leuchtet, wenn man das Gerät betreibt. Also das weiß man dann gar nicht, was da noch so verbaut ist. Aber was man natürlich weiß, auch diese Dioden, die da ein ganz anderes Licht abgeben, die brauchen natürlich auch Strom. Also Fazit eigentlich, wir brauchen ein Gerät, was mindestens 36 Watt hat. 48 Watt ist eigentlich noch besser. Und wenn wir das jetzt alles wissen, dann beantwortet sich eigentlich die Frage nach Geräten mit USB-Anschluss schon von ganz alleine. Also wenn wir mal überlegen, einen USB-Anschluss, der neueste, den es jetzt gibt, der hat, ich glaube, 15 Watt, also gibt 15 Watt ab. Und der älteste, den es gibt, der gibt 0,5 Watt ab. Und da kann man sich eigentlich schon ausrechnen, was dann am Ende im Licht-Taddy-Gerät glimmt oder überhaupt leuchtet. Das wäre natürlich eine super Sache für Studios, die mobil unterwegs sind und diese haben wir mal versucht, auf so eine Geräte zurückzugreifen. Aber das wird wahrscheinlich nichts Genaues. Also auch von diesen Geräten würde ich eigentlich generell abraten, weil der USB-Anschluss einfach zu wenig Strom bringt. Und wenn wir schon beim Strom sind, das ist jetzt nicht essentiell, das kann man auch nicht unbedingt kontrollieren in den Beschreibungen, aber ein etwas längeres Stromkabel ist nicht zu verachten. Also das ist jetzt nicht unbedingt schlimm. Man kann sich natürlich auch mit einer Verlängerung behelfen, aber es wäre schon schön, wenn man da nie so ein Stumpel da dran hat, wie ich bei meinem letzten Ladekabel, was ich da bekommen habe, sondern wenn man dann eine Stromlänge, also eine Kabellänge hat, die wenigstens bis zum Fußboden geht, wo ja die meisten dann den Verteiler liegen haben und dann nicht irgendwo am Tisch baumelt. Also das ist nur so eine kleine Sache, ein bisschen Komfort, auf den man mit achten kann. Punkt 2, die Verteilung der Spots. Ich habe hier mal zwei Positivbeispiele, wie es aussehen kann. Also hier haben wir zum Beispiel eine schöne Verteilung der Spots. Wir brauchen ja einige Spots, um das Gel auszuhaben. Die Ränder sind schön ausgeleuchtet, auch der Himmel des Gerätes, also ich nenne es jetzt mal so, ist schön gleichmäßig bestückt. Da härtet das Gel wirklich wunderbar gleichmäßig drin aus. Und auch bei dem zweiten Gerät hier, ist es eigentlich dasselbe. Ränder schön ausgeleuchtet, auch der Himmel schön ausgeleuchtet. Ich habe leider nur Positivbeispiele. Ich habe keine negativen, ich habe einfach darauf schon immer ein bisschen geachtet und deshalb habe ich sowas leider nicht da. Aber ich denke mal, ihr könnt euch das vorstellen, wie das aussehen soll oder wie es nicht aussehen soll. Also wenn zum Beispiel hier die Dioden alle nicht da sind, dann ist das nie ideal verteilt und dann sollte man das weglassen und sich in ein anderes Gerät aussuchen. Punkt 3, Form und Größe. Jetzt hatte ich ja gerade zwei Positivbeispiele, jetzt habe ich mal ein Negativbeispiel. Und bei diesem Gerät sieht man wunderschön, dass anhand der Bauweise des Gerätes es gar nicht möglich ist, die Spots so im Gerät zu verteilen, dass die Hand gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Also hier vorn fehlt einfach was, wo man die Spots dran machen könnte. Und wenn wir mal in das Gerät reinschauen, dann wird es eigentlich nicht besser. Das Gerät ist zur Hälfte gar nicht bestückt, also hat überall freie Flächen und dann hat es nur so einen kleinen, schmalen Streifen, wo überhaupt Spots verbaut sind. Für einen Zuhause mag das ja gehen, also ich mache mir meinen Nagel und dann zögel ich, dass das da reinpasst. Funktioniert einigermaßen. Im Nagelstudio sieht das anders aus. Also da wird man wahnsinnig mit dem Ding und das können mir bestimmt einige Studiobesitzer bestätigen. Denn die Kundin achtet da ja nicht drauf. Also mal liegt ja ein Tier hinten, mal liegt sie hier vorne. Da braucht man sich nie wundern, dass das Gel nie aushärtet. Also das ist in dem Moment so ein bisschen wie Lotto spielen. Punkt 4 Innenraumfarbe. Ich hatte neulich eine Nachricht von einer Kundin bekommen und die fragte mich, mein Gel hatte nie aus, was kann das sein? Habe ich gesagt, schick mir mal ein Bild von einem Lichthärtegerät. Was hast du denn? Bekomme ich ein Bild, ein Gerät, ähnlich wie dieses, also in ein Bogen LEDs in Innenraum schwarz. Und da habe ich mich gefragt, wer konstruiert denn bitte sowas? Also der eine LED-Bogen, der da drin ist, der leuchtet schon nicht viel lang, dann noch schwarz, was das Licht dann absorbiert. Da frage ich mich, was bitte hat denn denjenigen geritten? Also keine Ahnung. Also wichtig ist, weißer Innenraum und im Idealfall sogar noch die Bodenplatte verspiegelt. Oder der Innenraum, je nachdem. Punkt 5 Zertifizierung. Viele sagen immer, ja so ein Gerät muss unbedingt ein CE-Zeichen haben. Das CE-Zeichen kann sich eigentlich jeder Hersteller selber dran machen. Also das muss man nirgendwo beantragen, gar nichts, kannst du draufdrucken, fertig. Wichtiger ist allerdings eine WEEE-Nummer. Das ist eine Registrierung, die man machen muss als Hersteller in Deutschland, ich glaube sogar auch in Europa, aber ich will nie drauf wetten. Und diese Registrierung muss, also diese Nummer, diese Registriernummer muss im Onlineshop stehen oder im Angebot und auch auf der Verpackung. Das kann man ja sagen, naja, wenn es der Hersteller noch nicht macht, naja, dann geht mich das ja nicht an. Im Normalfall nicht. Aber sollte es mal zu einem Versicherungsfall kommen, dann sieht es schon wieder anders aus, weil dann kann die Versicherung unter Umständen mal nachschauen, wenn gerade so ein Gerät der Brandherd ist oder der Brandverursacher, ob das denn eine WEEE-Nummer hat. Und wenn es die nicht hat, dann kann es auch passieren, dass die Versicherung sagt, nee, also das ist bei uns nicht registriert, nicht zugelassen. Da können wir leider den Schaden ja setzen. Deshalb wäre es sehr, sehr ärgerlich, wenn einem sowas passiert, bloß weil man das nicht weiß, dass es diese WEEE-Nummer gibt. Viel Spaß beim Shoppen und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, wo es meine Geräte gibt. Also das hier ist die Sun X5 Max und das, kann ich gar nicht sagen, wie die genau heißt, also da gibt es verschiedene Anbieter. Bei dem einen heißt sie, also bei Amazon, ich glaube, habe ich das, ja, da heißt sie mal Bein Hom, mal heißt sie Bojon, mal heißt sie Jan Nolia. Gebt einfach 86 Watt UV-LED-Lampe ein und die Form spricht ja für sich, dann findet ihr die schon. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.